Willkommen zurück zu The Binding of Isaac, wir haben tolle Sachen vor uns, keine Ahnung, ach wir haben hier den Shop geöffnet und dann sind wir wieder da runter gelaufen, sind wir schon weiter nach unten, oh Gott ich hab keine Ahnung mehr, obwohl die Aufnahme gerade 5 Sekunden her ist, naja egal, so wir spielen The Binding of Isaac, was wir spielen The Binding of Isaac, oh nein, auf jeden Fall weiß ich nicht was ich sagen soll, wir suchen nach dem Goldraum, nach einem Schlüssel, wir haben nix, die ganze linke Seite schon untersucht und da haben wir direkt den Goldraum, allerdings immer noch kein Schlüssel, ist natürlich eine schlechte Sache, auch haben wir die Kerze, die ganz praktisch ist, würde ich mal behaupten, äh, so, okay, stirb und der Letzte lebt noch, oh, erstmal treffen lassen vom Letzten, nein, oh Gott sei Dank, aber während er in der Luft ist, ja gut, dann würde ich hoffen, dass wir noch einen Schlüssel finden, wir haben auch das Flying Friendly Item, wie man an unserem Kopf erkennt, wir müssen keine Sorgen mehr um uns nix machen, noch mehr Geld und noch, oh Gott, hoffentlich kriegen wir überhaupt einen Schlüssel, sonst würde ich mich jetzt natürlich ärgern, dass ich meinen Schlüssel für den Shop verschwendet hab, kein Schlüssel, naja, dann gehen wir halt zum Boss, was soll man tun, was soll man tun, was soll man tun, ich weiß es nicht, gut, der Gegner, Loki, ist sehr selbsterstörerisch mit den Bombenfliegen, muss man sagen, oh, nicht getroffen, jetzt pottet er sich da hoch und fällt wieder um, also Loki ist ein Boss, der splittet er sich, ich weiß es gar nicht, was ist der Boss, der sich splittet, nee, Satan hat sich gesplittet und von ihm gab es eine gesplittete Version, wenn ich es richtig weiß, naja, egal, dann dürfte er jetzt auch tot sein, die Bombenfliege wird ihm folgen, so, und wir bekommen Tiers ab, nochmal zwei Seelenherzen und nochmal hier ein normales Herz, dann haben wir auch wieder fast volles Leben, den Goldtraum verpasst, ich muss einfach nochmal die Ebenen absuchen, es tut mir leid, denn damit kann ich nicht leben, hier könnte außerdem ein Supergeheimrauf sein, schade, schade, da oben weiß ich nicht Bescheid, ob er da sein könnte, oh, hier ist ja noch eine Bombe, warum habe ich die nicht mitgenommen, im Geheimraum waren wir ja schon, ich würde dann gerne in dich rein, Goldtraum, ich will in dich, ich will in dich, oh, du lässt mich nicht, du lässt Magdalene nicht, warum nicht, okay, das ist alles erkundet, hier wird kein Schlüssel mehr sein, im Shop konnte man auch kein Schlüssel kaufen, deswegen, ja, müssen wir in die nächste Ebene, und, ja, müssen wir in die nächste Ebene, haben hier leider keinen Goldtraum bekommen, es sieht nicht so gut um uns aus, also, wir haben zwar gute Items, aber für Isaac wird es nicht reichen, bis Mutters Herz melden wir es wahrscheinlich schaffen, auf jeden Fall, Isaac, keine Ahnung, aber mit Magdalene haben wir, glaube ich, noch nicht mal den, ähm, ähm, Mutters Fuß besiegt, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe doch die Kerze, warum benutze ich sie nicht, warum benutze ich nicht, was mir gegeben wird, so, wir gehen auf jeden Fall in den Geheimraum, vielleicht finden wir ja irgendwas Tolles in diesen, außer Geld, man hofft ja immer auf tolle Items, und wir finden Geld, yay, gut, dann wird der Shop wahrscheinlich wieder von Creed besetzt sein, so wie ich mein Glück kenne, ja, es ist sehr wahrscheinlich, wir hatten ihn noch kein einziges Mal, oder? Hatten wir ihn? Doch, wir hatten ihn, hatten wir ihn? Ich glaube, wir hatten ihn schon, vielleicht bekommen wir ihn ja dann nicht als Belohnung, dass wir ihn schon hatten, okay, erstmal getroffen werden, mit Gas, Nimm das, nimm mein Gas, ähm, Konzentration, Power, tot, okay, alles klar, wieder eine Bombe, wir kriegen so viele Bomben, unser Leben steht auch okay, ich achte gerade gar nicht so richtig drauf, ich werde recht oft getroffen, aber egal, egal, so, zu dem gehen wir natürlich, wir haben ja genügend Geld, dir wird uns schon irgendwas geben, komm schon, gib uns irgendwas, na, komm schon, ein Damage Upgrade, Damage Upgrades, ich wollte immer noch Damage Upgrades, aber bekommt keiner, das macht mich traurig, das macht mich sehr, sehr traurig, und noch eine Karte, die Karte ist The Fool, wir teleportieren dann zum Anfangsraum von der Ebene und bekommen einen HP Upgrade, das ist doch auch okay, wenn wir schon kein Damage machen, dann können wir wenigstens lange überleben, erstmal auf die Stacheln laufen, kein Problem für mich, ich kann alles, oh, ich kann den Kackhaufen, ich kann, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, konzentrier dich doch, Maudado, konzentrier dich doch, so, tot, okay, alles klar, und rüber in den Raum, wir finden auch gleich den Boss vor, wir sind noch nicht auf einer Ebene, auf der Mutters Fuß ist, wenn ich es richtig weiß, ja, und Chad macht mir hier gerade Probleme, irgendwie habe ich in letzter Zeit Probleme gegen Chad, ich weiß auch nicht warum, eigentlich sei er ja gar nicht schwer, aber trotzdem macht er mir Probleme und weint, oh nein, wir haben ihn getötet, naja, gehen wir zum Boss, uns sind doch schon bei Mutter, wir werden uns einen Trick verwenden, dass wir hier einfach stehen, weil ich zu schlecht bin, um gerade anders, ach, ne, bin ich gar nicht, ich habe ja die Kerze, die Kerze macht auch Schaden, wenn, hm, ich überlege gerade, so, denn die Kerze, ist das Tolle, die macht auch Mutterschaden, wenn sie eingefahren ist, deswegen, überlege ich gerade, komm, mach mir den Boss mal halb, halber, normal, da wurde ich nochmal getroffen, werde jetzt auch bei Mutter sterben natürlich, und Mutter dürfte jetzt, oh, tot sein, yes, perfekt, gut, ich bekomme noch ein HP-Upgrade, das Polaroid, und die restliche Ebene, denn wir hatten ja de, Fuhl, ne, ne, Null, oder so, so hieß es doch, ähm, so, kaputt, kaputt, oder auch nicht, dafür müsste ich treffen, damit es kaputt geht, ich war es hervorragendig, und schon wieder nicht getroffen, ähm, ein Herz, oh, das ist schön, jetzt haben wir wieder eine volle Reihe voller Herzen, nächste Ebene kriegen wir ja pro Treffer ein Schaden, deswegen, kann auf dieser Ebene, ich weiß gerade gar nicht, kann auf dieser Ebene schon, wieder ein Arcade sein, eigentlich schon, oder? ja, es dürfte auf dieser Ebene wieder ein Arcade sein, deswegen wollen wir den Arcade, wir haben ja das Geld dafür, da ist er auch gleich, wenn man vom Teufel spricht, oder vom Arcade, nein, 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 nicht hier rein, nein, raus, raus, ich sagte raus, oh Gott, gut, erstmal extrem viel Schaden bekommen, allerdings sind nicht ganz so schlimm, denn wir können uns erleben, direkt hier wieder am Arcade vollstocken, und an dieser Kiste, und dann würde ich sagen, oh nein, das ist kein Ende von einer Folge, das ist gerade richtig doof, ich wollte immer ein Arcade an der Ende von einer Folge machen, aber das haben wir gar nicht, deswegen, oh nee, warum, warum muss das sein, ich werde hier sterben, ich glaube, ich werde hier sterben, doch, oh, und im Goldraum waren wir auch noch gar nicht, so, nochmal zwei Schlüssel, und, Homing Bombs, ja, gut, warum nicht, ich schaue gerade, hatten wir nicht auch schon, nee, hatten wir nicht, gut, hatten wir nicht, hatten wir nicht, keine Angst, keine Angst, Maudate, in den Raum da oben können wir auch noch gehen, ich meine, wir haben die Herzen, nicht wirklich, aber, oh je, wir können uns ja gleich beim Arcade wieder aufstocken, und dann würde ich sagen, Happy Arcade, und dann spielen wir einfach mal an beiden, ja, toll, Fliegen können uns auch nichts mehr anhaben, deswegen haben wir keine Angst, falls da Fliegen rauskommen, wir haben genügend Leben, bekommen auch hier nochmal ein halbes Herz, können unsere Herzen aufstocken, bekommen hier alles, okay, ich bin eigentlich sehr glücklich mit diesem Arcade, es tut mir leid an die Leute, die das nervt, aber, das bin halt ich, ich nerve Menschen, nimm mein Geld, okay, Schlüssel wären, okay, Herzen wären besser, und, ähm, naja, ich überlege mir gerade, ich spiele glaube ich nur noch an dem Automaten hier oben, obwohl eigentlich die Gewinnchance an dem gefühlt höher ist, das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob das so ist, oh, ne Pretty Fly, genau das, was ich wollte, genau das, was ich mir gewünscht habe, aber Herzen bekommen wir hier nicht wirklich, naja, am Ende können wir noch alles in die Luft sprengen, wir haben ja die Bomben, in der Hoffnung, dass wir was tolles bekommen, oder auch nicht, nehmen wir unser Geld, Bomben, nein, Bomben wollen wir nicht, wir wollen eigentlich wirklich nur Herzen, das ist das Einzige, was ich gerade will, sind Herzen, och, und den Shop, wir könnten auch noch in den Shop gehen, och, ne, so viel Zeug, was man machen könnte, aber, durch diesen Arcade kaputt gemacht wird, warum gibt es den überhaupt, ja, spreng dich am besten selbst, ach, verdammt, da hat es sich nicht selbst gesprengt, dann könnte ich aufhören, an ihm zu spielen, ich brauche Herzen, nein, den Schlüssel brauche ich auch nicht, ich brauche Herzen, ach, ne Bombe, sehr schön, ich vermisse irgendwie, den Cube of Meat, wir haben doch sonst immer den Cube of Meat gehabt, und jetzt nicht mehr, oh je, oh je, ich sehe schwarz, ich sehe schwarz für unsere Zukunft, das ist richtig schwarz, wir haben viel zu wenige Herzen, wir haben zwar die Kerse, aber wir haben keinen Damage Upgrade, das Einzige, was wir von Damage her haben, sind, ähm, diese Fliegen, und die sind jetzt auch nicht so mega toll, oh je, oh je, oh je, oh je, so, das war unser letztes Geld, ja, deswegen werden wir jetzt noch die restliche Ebene erkunden, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine andere Pretty Fly bekommen, auch haben wir keinen Cube of Meat, der wäre normalerweise auch noch ein Begleiter, der gut wäre, so, Spinne, stirb, stirb, die Fliege darf auch sterben, äh, immer noch keine Herzen, es wird gerade immer schlechter, als besser, statt besser, was es eigentlich werden sollte, nicht getroffen, okay, ich glaube, ich werde hier sterben, ach nee, ich schaffe es einfach mit Magdalene nicht weit, ich weiß auch nicht warum, ich habe es mit ihr noch nie weit geschafft, deswegen gehört es ja auch zu meinen Hasscharakteren, so, im Shop finden wir natürlich Super Creed, wie könnte man dem anders sein, der hoffentlich Herzen droppt, oder den Herz, den Tod droppt, los, dropp den Tod, dropp the death of us, ich hasse dich, treffen, yes, endlich mal getroffen, aber wird gleich eh neue spawnen, oh nee, wir werden hier sterben, so elendig sterben, ach verdammt, manchmal ist das Leben schon gemein, manchmal ist es gemein, manchmal nicht, und jetzt ist es tot, oh, das Schutzschild, und ja, das hätte ich vielleicht auch sammeln sollen, wenn, nein, nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du blöder Kopf, dann hätten wir noch mal Geld für ein Arcade, wenigstens etwas, die Lavas, zwei Herzen, auch gut, heißt, wir können auch mal die anderen Räume erkunden, ähm, ich hab vorhin sogar überlegt, Herzen, Geld, Herzen gegen Geld einzutauschen, und mir geht, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, sonst wäre ich jetzt in diesem Raum gestorben, hätte ich nur ein Herz weniger gehabt, wahrscheinlich, wäre ich gestorben, jetzt nicht hundertprozentig, aber sehr wahrscheinlich, so, nein, Maudado, davon wurdest du nicht getroffen, nein, 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 das hast du dir eingebildet, warum wurde ich davon getroffen, ach nee, ich bin gerade so schlecht, ich bin so schlecht hier, gib mir Herzen, danke schön, ein halbes ist besser als keins, und dann würde ich sagen, auf, auf, und zum Arcade, in der Hoffnung auf tolle Sachen, ist natürlich wie die Frage, an was wir spielen, wir spielen einfach an beiden, weil wir damit schneller sind, ach, verdammt, 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 eine Fliege, was haben wir hier, oh, die Herzen hätte ich gerne, dann vorspiele ich hier oben, wieder eine Fliege, machen keinen Berührungsschaden, deswegen kannst du überleben, die Herzen hätte ich wieder gerne, komm schon, gib mir die Herzen, ja, danke, oh, ein heiliges Herz, sehr schön, gut, dann könnte es jetzt bergauf gehen, falls wir noch mehr finden, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, leider, oh, noch ein Herz, perfekt, und, Geld haben wir auch noch, das heilige Herz will ich trotz allem erst am Ende einsammeln, nicht, dass ich nachher durch irgendwas doofes Schaden bekomme, das wäre echt, echt ärgerlich, so, noch mehr Herzen, langsam fühlt es sich, los, spiel doch auch nochmal, Geld haben wir da auch noch rumliegen im Notfall, noch ein heiliges, also ein Seelenherz, kein heiliges, oh, genau deswegen wollte ich das nicht, auch sammeln das heilige Herz, weil ich mich trotz allem, trotz besserem Wissen immer wieder doof anstelle, noch mal Herz, ja, und, okay, wir brauchen ein Damage Upgrade, es gibt keine Damage Upgrade Piddle, sonst würde ich mir die wünschen, aber, ja, es gibt sie nicht, das ist echt doof, das ist echt doof, was bist du, oh, hatte ich noch nicht, Friends Till the End, okay, nichts Schlimmes, ich habe immer Angst, dass es was Schlimmes ist, und unsere Friends Till the End werden jetzt auch Fliegen abfangen, die vielleicht produziert werden, gut, jetzt werden wir das hier auch sammeln, für die eine Münze, und nochmal hier oben spielen, und dann die Ebene verlassen, beziehungsweise den Automaten hier noch sprengen, boom, mal ein halbes Herz bekommen, und, dich auch sprengen, zwei Bomben, perfekt, und dann leider auch dich, es tut mir leid, und dafür nochmal eine Bad Gas Pille bekommen, okay, gut, dann haben wir alles aus dieser Ebene rausgeholt, was man rausholen kann, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, bekommen nochmal einen Herzcontainer, wir haben immer noch kein Damage Upgrade, das einzige, womit wir gut kämpfen können, ist die Kerze, ha, es sieht doch echt schlecht aus, muss man sagen, ich schaue gerade mal im Hintergrund, ablautet der erste Part, den ich dann gleich veröffentlichen werde, weil ich ganz knapp an der Zeit bin, naja, egal, oh ne, hier können wir nochmal schaden, Gott sei Dank, hatte ich, dieses eine Herz, Gott sei Dank, sonst hätte ich gerade, mich wahrscheinlich getötet, so, der, Geheimraum, oh Gott, wir brauchen, wir haben Homing Bombs, wir brauchen jetzt eigentlich, ach, ich mache keinen Schaden, ich muss ja die Kerze benutzen, wir brauchen jetzt eigentlich unbedingt, äh, ein Fetus Item, das wäre mein Wunsch, bitte Spiel, erfüllen wir meinen einzigen Wunsch, den ich je äußern werde, den Wunsch der Wünsche, oh, ich brauche den Raum der Wünsche, der erfüllt bestimmt meinen Wunsch, so Monstru, gut, dann ist es auch mal Zeit, für dich Abschied zu nehmen, ich sagte Abschied, yes, perfekt, und, dass wir uns in den Geheimraum sprengen, okay, komm schon, komm schon, besser als nix, zweites Leben, warum nicht, damit kommen wir auf jeden Fall weiter, weil wir, wieder volle Herzen haben, sobald, äh, wir gestorben sind, das ist auf jeden Fall was okayes, äh, ah, nicht getroffen, na gut, ich schieße trotzdem mal hier drauf, weil wir ja immer noch Fliegen bekommen, oh Gott, die Gabi-Form wäre so gut, aber die bekommen jetzt mittlerweile nicht mehr, wahrscheinlich, weil, wo soll ich jetzt noch drei Katzen-Items aufsammeln, ich meine, ich habe noch kein einziges, wenn ich es richtig weiß, äh, das sprengen wir natürlich auf, und bekomme dafür, äh, tolle Sachen, ein Arcade werden wir auch nicht mehr bekommen, wenn ich es richtig weiß, hier können, glaube ich, kein, obwohl, es könnte noch ein Arcade spawnen, wenn wir, Glück haben, auf der nächsten Ebene, auf der nächsten Ebene könnte ein Arcade spawnen, wenn wir fünf Münzen mitnehmen, das wäre natürlich toll, das wäre sehr, 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 sehr toll, nein, 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 ich hasse dich, schließen wir schon durch den ganzen Raum, fast, da kann nichts sein, da kann nichts sein, nichts Tolles auf jeden Fall, ich wüsste nicht mehr, was man sonst als tolle Sachen hier haben will, oh, nee, Konzentration, oh Gott, ich war gerade so konzentriert, oh, ein Dime, noch mehr Geld, okay, jetzt hätten wir auf jeden Fall genügend Geld, dass ein Arcade spawnen kann, ähm, wir machen auch, machen wir mehr Schaden, warum sind unsere Tränen plötzlich so groß, ich weiß es nicht, ja, was soll ich jetzt noch ein Schadensupgrade bekommen, außer durch einen Teufelsdeal, ein Teufelsdeal, das wäre eigentlich noch, was uns fehlt, aber einen Teufel werde ich nicht bekommen, wenn ich mich so oft treffen lasse, so, den Boss werden wir auf jeden Fall zuerst machen, in der Hoffnung, dass er leicht ist, ich hoffe doch nicht mal, dass es der Tod ist, also der Reiter der Tod, obwohl der natürlich, obwohl, nee, 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 obwohl mit dem Item, was der Tod droppt, mit dem Pferdchen, könnte man Isaac, wenn man zu Isaac kommt, hundertprozentig besiegen, also mit 100% Wahrscheinlichkeit, genauso das Blue Baby, aber das wäre Cheating, deswegen machen wir das, nicht, und es ist der Tod, war ja klar, jetzt gerate ich natürlich in Versuchung, es trotzdem zu tun, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, ausweichen, yes, also das ist sein Item, dann zu benutzen, werde ich in Versuchung geraten, aber ich werde mich nicht der Versuchung hingeben, nein, nein, ich hasse, ich hasse das, dass er sein Pferd hat, dieses Pferd hat so verdammt viel Leben, also wirklich ultra verdammt viel, wir werden natürlich ihn zuerst mal töten, dann können wir uns dem Pferd widmen, äh, so, was uns trotzdem getroffen hat, obwohl ich meine volle Konzentration dafür aufgewandt habe, wir bekommen ein Cube of Meat, der hat gar kein Pferd getroppt, war das ein anderer Reiter, das ein Pferd droppt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wir haben jetzt zwei Sachen, die um uns herum schwieren, das ist doch eine schöne Sache, auf der Ebene hier kann auch rein gar nichts Gutes mehr sein, deswegen verlassen wir sie, und begeben wir uns auf die nächste Ebene, mal schauen, wie weit wir kommen, es sieht gerade ganz okay aus, es sah schon mal schlimmer aus, naja, egal, äh, nehme ich über, okay, mein Mikrofon funktioniert noch, es hat als derzeit eine Störung, beziehungsweise das Kabel hat eine Störung, und ich habe gerade kein anderes Kabel da, seit gestern, ich hoffe doch, dass es am Kabel liegt, und nicht an meiner Onboard-Soundkarte, das wäre natürlich fatal, sehr fatal sogar, einen Schlüssel, den brauchen wir nicht, eine Dämonenspendung, vielleicht, eine Pille, von der wir wissen, dass sie schlecht ist, obwohl, die war gut, nehmen wir wieder Bettgas mit, ich habe gedacht, das wäre diese, was hatten wir an schlechten Pillen, ich weiß es nicht mehr, hatten wir überhaupt eine schlechte Pille, ich weiß es auch nicht mehr, Bettrip hatten wir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja, das hatten wir, sehr schön, oh nein, die Superform, oh nein, die schlimmste Form von, von diesem Ding, also es ist echt die allerschlimmste, weil sie ist schneller, und mache ich dieses Ding nochmal schneller, und dann ist es unbesiegbar, oh Gott, sei Dank wurde ich nur einmal, oder zweimal getroffen, das Ding hat mich nochmal getötet, oh Gott, ich hasse es, ich hasse es, und ich hasse auch diesen Flug, der gerade auf uns liegt, so, tot, und du bitte auch, dann, nein, 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 oh Gott, tot, auch gut, wir füllen langsam wieder unser Leben voll, das werden wir, werden wir es freisprengen, ja, wir sprengen es frei, wir sprengen es frei, ach, warum haben wir diesen Flug, dann könnten wir auch jetzt ganz genau wissen, wo der Geheimraum ist, und nochmal auf ein, tolles Item hoffen, aber so, so geht das nicht, so geht das nicht, nein, 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 speed up, immerhin etwas, immerhin etwas, immerhin etwas, oh Gott, wir sind so, wir werden so sterben, so verdammt sterben, ach, oh je, oh je, oh je, oh Dado, was machst du denn, was machst du nochmal, machst du die speed up pillow von gerade eben, nee, pretty fly, okay, sehr gut, sehr, sehr gut, also es ist jetzt wirklich sehr, sehr gut, darüber freuen wir uns sehr, das eine Baby ist kaputt, das ist auch kaputt, und, du bist auch kaputt, und, oh ne, oh ne, oh ne, ich hab grad richtig Angst, ich will nämlich eigentlich, es mit Magdalene hinter mich bringen, weil ich sie nie wieder spielen will, weil sie einfach, wir haben kein einziges Damage Upgrade gefunden, kein einziges, wirklich kein einziges gefunden haben, und gleich am Anfang vom Laser getroffen wurden, diesen Laser können wir auch unendlich lang außen herum rennen, und versuchen ihn zu treffen, so, wir machen ihr Schaden, während sie hier oben ist, und wenn wir, ich weiß nicht, kommt sie runter, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob es schlau wäre, sie einfach unendlich lang am Leben zu lassen, ach so, äh, ein Gegner, der unten ist, und sie quasi dadurch zu verbacken, weil man trifft sie ja, während sie oben ist, mit der Kerze, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit, Monstro leben lassen würde, und sie treffen würde, und irgendwann, dieses Limit vorbei ist, würde sie dann runterkommen? Ich weiß es nicht, deswegen würde ich es gerne mal ausprobieren, weil Monstro ist echt kein schlimmer Gegner, und, ja, gut, dann lassen wir es einfach mal so, und machen ihr zu lange Schaden, und schauen, ob sie runterkommt, oder ob sie dann verbackt ist, wenn sie verbackt ist, wäre das natürlich optimal, äh, dass wir da Monstro die ganze Zeit haben, ah ne, sie fängt an zu schießen, okay, ich hab nix gesagt, das ist natürlich jetzt suboptimal, dass wir Monstro hinter uns haben, das könnte natürlich schlimmer sein, und da ist sie, Mutter, und wir schießen weiter drauf, wir schießen weiter drauf, wir schießen weiter drauf, wir schießen, ach verdammt, wir schießen weiter drauf, mit unserem Non-Damage, aber unsere Kerze macht es schon, und wir haben das Cross freigeschaltet, weil wir mit Magdalene es geschafft haben, Mutter zu Herz zu besiegen, so, nächste Folge werden wir die Ebene, zu Ende erkunden, obwohl, wollen wir, oder werden wir, auf jeden Fall ist die Folge vorbei, ich überlege mir, was wir am besten machen, ob wir die Ebene noch erkunden, oder gleich weiter gehen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, tschüss.